Also, was gibt's denn Neues? Schön, dass du fragst. Ähm, nun, also, ich... Kriss, nein! Sch-sch-sch-sch! Also, ähm, ich... Äh... Äh... Ein Sekündchen! Falls du was gehörtest, ich was nicht. Ich hab nur superleise diese Mädels im Internet gestalkt. Nein, nein, es geht nur um mich. Ich kann es Dad nicht sagen. Ein Monster zu sein ist leicht, aber das menschliche Herz ist sehr kompliziert. Ich fühl mich im Moment wie ein Angstwelb. Claudine, die letzten Wochen waren wirklich anstrengend für dich. Und wenn du jetzt Zeit brauchst, dann brauchst du eben Zeit. Das ist doch okay, also chill. Danke, Cleo. Perfekt emotional unterstützt. Und jetzt zu mir und meiner zukünftigen Popularität. Wir sitzen hier im Cairo Diner. Und das ist ägyptisches Essen. 100.000 Follower? Das Cairo Diner. Oh, es ist um die Ecke. 100.000 Follower? Kommt zum Mumia! Und? Wie ist die Schule? Toll! Letzte Woche ging Frankies Hand verloren und... Oh nein!